Es ist vorbei, Edgar. Ich habe den High Ground. Ich stehe auf dem höheren Bücherstapel. Ach, halt doch deinen Maul. Meine Storys sind so hot, dass sie mich noch auf Lava tragen können. Und seit wann steht Quantität über Qualität? Komm Junge, meine Bücher sind so fett wie Ziegelsteine. Und lustigerweise kennen sie die Leute heutzutage viel besser als deine alten Verse. Alles was du fertig gebracht hast sind Kurzgeschichten. Nichts was einen einwandwürdig wäre. Ihr unterschätzt meine Schreibkunst. Versuch es nicht. Du warst mein Vorbild, Edgar. Ich habe dich geliebt. Mit Dauerlicher Weise habt ihr Mary in eurem Zaun getötet. Fick, ich will! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020